Die nächste Gruppe ist die Fäufergruppe. Auch hier wieder die Handsätze zu der Läufe. Wir starten zuerst mit rechts, links, links, rechts, rechts und landen. Das heisst, die Linke nehmen wir mal aufs Ton 1. Und wenn wir links beginnend, können wir rechts zum Beispiel aufs Ton 3 nehmen. Die Kombination starten mit rechts wiederum Ton 3 und landen. Oder mit links beginnend Ton 1 führt mit links. Dann die kombinierte Variante. Zuerst mit rechts dann 3, dann mit links Tom 1. Oder links beginnend. Wir können wiederum den Lauf spielen mit rechts Toms runter. Oder von unten an Kuh. Dann wiederum. Dann weiterer Handsatz. Rechts, links, links, rechts, links. Das wäre die Kombination 3 plus 2 für die 5. Zuerst wieder mit rechts dann 3. Mit links dann 1. Dann den Lauf oben runter. Oder von unten an Kuh. Dann kann man den Lauf natürlich verlängern. Es gibt dann wie ein Echo von Toms. Also zuerst Ton 1 und dann Ton 3. Oder von unten an Kuh. Der nächste ist 2 plus 3. Also rechts, links, rechts, links, links. Für die 5. Zuerst wieder die Teilung. Mit links. Lauf oben runter. Lauf unten. Lauf unten. Verlängert den Lauf. Das wäre auch wieder mit dem Echo. Zuerst Ton 1, dann das gleiche. Ton 3. Oder wiederum von unten an Kuh. Dann noch ein weiterer Ansatz. Das wäre rechts, links, rechts, 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 links. Zuerst wieder die Verteilung. Mit links. Von unten runter. Und von unten. Verlängerung. Das wäre wieder das Echo der Toms. Und unten runter. Da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020